Können Sie vielleicht bei der Feuerwache vorbeischauen und schauen, ob IMS gerade Zeit hat. Hier kurz eine Sprung zu halten. Treten Sie mal bitte zurück. Jürgen! Jürgen! Nochmal kommst du mir aber nicht davon. Ich kriege noch immer den Aufsatz von dir aus der dritten Klasse. Den hast du mir nie abgegeben. Und diesmal kommst du mir auch nicht davon. Du weißt genau, was ich meine. Den Strafaufsatz. Zwei Seiten. Warum man Mädchen nicht unter den Rohr gucken darf, den hast du mir nie abgegeben, Jürgen. Ja, und? Äh, muss ich IA davon Bescheid sagen? Wem müssen Sie Bescheid sagen? Ich rede mit dem Officer Swanson. Ach so. Mit dem Jürgen, Mann. Jürgen! Jürgen! Huhu, Jürgen! Jürgen Swanson. Jürgen! Ignoriert mich, genau wie früher immer. Jürgen, ich wusste aus dir mit nichts. Das habe ich früher schon immer gesagt und ich hatte recht. Treib sie auf der Straße rum, belästigst, ehrbare Frauen. Sieh, was aus dir geworden ist. Jürgen! Jürgen! I'll make it worth your while. One liquid fire request in EMS Adams Apple Boulevard, Crossoff, fantastic place. Jürgen, ich hoffe, du schreibst da den Aufsatz. Du musst ihn nicht direkt jetzt schreiben. Kannst ihn mir morgen vorbeibringen. Ja, den Jürgen. Dritte Klasse. Sport. Und Musik. Jürgen, zeig mal, ob du dich noch an was erinnerst. Was habe ich dir immer beigebracht? Tanz jetzt mal deinen Namen. Jürgen, tanz! Ja, das wollte er auch schon früher liegen. So störrisch wie eh und je. Jürgen! Ach, es ist alles meine Schuld. Ich hätte mich damals mehr um ihn kümmern sollen. Im Grunde ist es alles meine Schuld. Ach, der Jürgen. Jürgen. Ich hab mich nicht mehr befeuelt. Ich bin Allah alt. Ja.